Basketball-Bundesligist Ewe Basket-Soldenburg hat seine Position als erster Verfolger von Tabellenführer Bayern München gefestigt. Die Niedersachsen kamen am 29. Spieltag gegen Europa-Pokalfinales S. Oliver Würzburg zu einem 109 zu 93, 59 zu 47, Heimsieg. Für die Oldenburger, die bereits sicher für die Playoffs qualifiziert sind, war es der 24. Saisonsieg Würzburg, das am Mittwoch das Finale im FIBA Europe Cup erreicht hatte, musste durch die Niederlage die Basketball-Löwen Braunschweig vorbeiziehen lassen und rutschte aus den Playoff-Rängen. Braunschweig gelang im Parallelspiel ein hart umkämpfter Pflichtsieg. Die Niedersachsen gewannen gegen Kellerkind-Eisbären Bremerhaven in letzter Sekunde 83 zu 81, 35 zu 41. Bremerhaven hingegen konnte den Heimsieg gegen die Telekom-Baskets von 88 zu 67 vor Wochenfrist nicht veredeln und bleibt vorletzter. Let's block it's, why? Let's block it's, why? Let's block it's, why? Let's block it's!